Roland Pickel, ich bin jetzt hier auf dem Weg nach München. Hier brauchen sie gerade die A94. Die Autobahn, genau wie Stuttgart 21, schon seit Jahrzehnten. Sie sind in ihrem Bau nach Passau, nach Oberbayern, von vielen behindert worden. Wenn sie hier irgendwelche Bauhilfe oder irgendwelche Sachen haben, Naturschutz oder Flüsse. Das gibt es aber hier in München, äh, in Bayern, neun Millionen Bayern und so und so viel in Oberbayern, so viel in Passau und so viel. Es fahren auch sehr viele Österreicher und Ausländer hier auf dieser Straße. Das ist natürlich der eine Interessensanteil. Der andere Interessensanteil ist dann der, der in der neuen Autobahn ist. Die haben natürlich dann schon auch Berechtigung. Wer hat jetzt mehr die Berechtigung, die Mehrzahl, die Demokratie, die Mehrheit oder die wenigen, die aneinander falsch bestimmen können? So. Ich habe jetzt noch ein paar Zahlen weiter. Das ist noch eine beste Höhle, wohin zwischen den Augen und ganz mal auf. Warum ist das nicht so aus? Ich hab's gesagt, wir können auch aus. Ich hab's gesagt, dass ich immer wieder, indem wir einen interessanten Neugieres machen. Dafür ist es, sie hat sich heute in der neuen Betrieb. Das ist ein bisschen, das heißt, wir können dann vorhin zwischen dem Bauchern und ganz mal auf die be Town. Das ist ganz langsam auf, wenn wir mal mit dem Tonnen dringlichen V torennzen,